Jo meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XAP Bros. Ja Leute, neuer Tag, neue News, XAP News, XAP Deutschland ist an diesem verrückten Tag wieder mal am Start. Okay, es ist nun mal so wie es ist, die Familie ist wieder mal zusammengeführt und wir haben sehr heftige News. Gestern sind einige Dokumente rausgekommen, gestern ist einiges als Tageslicht gekommen, wir arbeiten alles noch ab. Wir schauen uns das nochmal an und sagen unsere Informationen, die wir haben und ja, geben euch einiges mit. Und abgesehen davon, der Chef von ETH, nachdem alles veröffentlicht wurde, ist sein Kopf gerollt. Das ist hier die Frage, das werden wir auch in diesem Video klären, denn wir haben einige Informationen gekriegt. Dies und vieles mehr, Luis, würde ich einfach mal sagen, bearbeiten wir in diesem Video, um uns zwei und vor allem die Familie XAP Deutschland zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken auf Gefällt mir, in diesem Sinne, rein in die Olga. So Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu BitWaWO. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. Ja Leute, erstmal einen Riesendank an alle, die mir gratuliert haben. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Gestern war auf jeden Fall ein sehr ereignisreicher Tag mit den Himmeldokumenten an meinem Geburtstag. Wir haben versucht, euch auf jeden Fall ein bisschen mitzunehmen. Trotzdem hatte ich ja auch Besuch und so. Es war schwierig, noch mehr Videos rauszuhauen, deswegen nochmal Entschuldigung. Aber hier haben wir nochmal ein kleines Statement. Ripple fordert eine Untersuchung von William Hinman und seine Rede von 2018. Ripple forderte eine neue Untersuchung gegen die ehemaligen SEC-Finanzdirektor William Hinman und hielt eine Rede im Jahr 2018. Eine Untersuchung ist erforderlich, um zu verstehen, was oder wer Hinman beeinflusst hat. Warum Konflikte oder zumindest der Anschein von Konflikten ignoriert wurden. Und warum die SEC die Rede als Orientierungshilfe anpriest, obwohl sie wussten, dass sie große Verwirrung stiften würde, sagte General Council Ripple Stuart Alderoti. Ja, gestern wurden die Dokumente von der Hinmans Rede veröffentlicht, in denen er erklärte, dass BTC und Ethereum keine Wertpapiere seien. Gleichzeitig gab es in der Rede Konkurrenten und Anmerkungen anderer Kommissare, die betonten, dass die Rede normative Verwirrung stifte. Alderoti fügte hinzu, dass Hinman die Änderungen anderer Agenten nicht berücksichtigt und es in der von ihm gewünschten Form veröffentlicht habe. Hinman ignorierte zahlreiche Warnungen, dass seine redeerfunden Analysen enthielten, die nicht auf dem Gesetz beruhten, nicht mit den Hobbyfaktoren übereinstimmen, Regulierungslücken aufdenken und für mehr Verwirrung auf dem Markt sorgen würden, schrieb der Alderoti, also Rechtsabteilung von Ripple. Luis, ist das jetzt so? Der wurde gewarnt. Es wurde ihm gesagt, hey, pass auf, das alles, was du da im Fernsehen sagst, das alles, was du immer wieder jetzt von dir gibst, das stimmt nicht. Hör auf damit und er hat immer weitergemacht, er hat immer weitergemacht. Und es sind doch jetzt so viele Dokumente auch rausgekommen, ETH, dass die ihre Hände mit im Spiel haben. Es sind auch jetzt Aufzeichnungen, was weiß ich alles rausgekommen, dass der, bevor der Fernsehauftritt hatte, mit ETH auch gesprochen hat, dass der auch unter anderem mit ETH so viel zu tun hat und dass der die auch gewarnt hat und gesagt hat, hey, das, das, das macht ihr falsch und dass er die gewarnt hat, damit ETH bloß kein Wertpapier sein wird. Das ist das, Leute, worüber wir die ganze Zeit, die ganzen Wochen, die ganzen Monate und Jahre drüber sprechen und das ganze Zeit berichtet haben. Es ist wirklich, jetzt haben wir es schwarz auf weiß mit den Handman-Dokumenten, haben wir es wirklich, dass Ethereum und BTC den Free Pass gekriegt haben. Er argumentierte, dass Hinman absichtlich regulatorische Unsicherheit geschaffen hat und nicht gewählte Bullkarten müssen das Gesetz in ihrem Zuständigkeitsbereich gewissenhaft anwenden und so könnte nicht, wie Hinman es versucht hat, ein neues Gesetz schaffen, fuhr Adel Roti Ford. Gleichzeitig sagte Brett Garlinghouse, CEO von Ripple, dass die Regulierungsbehörde, Kryptowährungsunternehmen tatsächlich absichtlich die Möglichkeit genommen haben, sich bei der SEC zu registrieren. Also ganz klar nochmal das zu erwähnen, Brett Garlinghouse und generell die Ripple-Führung hat in den letzten Jahren so oft versucht, oder das Gespräch gesucht zur SEC, versucht einen Rechtsrahmen zu kriegen, dass sie quasi keine Straftaten begehen, dass sie keine falschen Regularien beachten, sag ich mal. Und die haben nie eine vernünftige Antwort gekriegt. Hier geht jetzt heraus, dass Ethereum vernünftige Antworten bekommen hat. Wir gehen gleich nochmal auf Vitalik Buterin ein. Auch sehr, sehr kurios, dass ja auch da alles mit drin steckt. Und was einfach unglaublich ist und was aus den Dokumenten einfach noch rausgeht, die Kontakte von Hinman zu Simpson & Teacher. Von Simpson & Teacher die Kontakte zu Ethereum Enterprise, wo dadurch die Konkurrenz einfach ausgeschaltet wurde in den letzten Jahren. Wir wissen, wo Ripple damals stande, was für einen Ausschwung Ripple hatte mit XRP. Platz zwei. Platz zwei. Ja, das ist unglaublich, Leute. Das müssen wir uns wirklich mal vor Augen halten, was da jetzt alles passiert ist. Riesenkorruptionsskandale und hiermit haben wir es wirklich schwarz auf weiß. Dass da wahnsinnig viele Gelder geflossen sind. Und in der nächsten Zeit, Leute, können wir uns darauf freuen. Das wird alles in die richtige Richtung gehen. Eine Sache, die man noch erwähnen muss, es wurden über 15.000 Dokumente eingereicht. Also wirklich eine Riesenmenge. Unglaublich. Und es wird auf jeden Fall alles durchgeforstet. Und sobald wir immer neue Erkenntnisse kriegen, werden wir die euch berichten. Wir hängen auf jeden Fall uns da rein und berichten euch, wie gesagt. 15.000 Dokumente noch, Luis. Das ist so heftig. Und das muss natürlich erstmal bearbeitet werden. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Der eine oder andere hat erwartet, jetzt sofort alles wird durchgelesen. Wir hätten auch nicht gedacht, dass so viele Dokumente jetzt an Whipple abgegeben wird. Aber Whipple selbst ist jetzt schon am Durchkämmen. Und ich bin der Meinung auch, abgesehen davon, Leute, dass Whipple auf jeden Fall die ganz wichtigen Dokumente nicht rausrückt. Schön als Druckmittel in der Hand hält und danach sagt, hey, was ist jetzt? Entweder ich veröffentliche das oder ihr kommt mir entgegen. So auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein heftiger Ruf, den die SEC... Ja, SEC kann nicht mehr auf die Straße gehen langsam mal, ne? Also die haben schon Hass, die ganze Kryptowelt hat schon Hass auf die SEC. Es wird ja immer schlimmer. Ja, ich denke, damit ist jetzt alles, das Grab ist besiegelt worden. Und wir müssen uns ja immer vorstellen, das ist ja nicht, dass die SEC dann da mit dem Namen steht. Das sind Namen wie Gary Gensler, wie der Hinman, die dann immer ausgetauscht werden, ausgetauscht worden sind. Und so läuft das halt auf der Welt. Es ist nicht so, dass die SEC dann jetzt fällt, das ist ein Regierungsorgan, das wird alles ganz normal so weiterlaufen. Ich hoffe, wir kriegen in dem Bereich Regularien. Da wird sich ja auch der Teil sich hoffentlich ändern, dass die SEC nicht mehr für diese Projekte zuständig sein wird. Wir wissen ja auch, dass die ganzen Gesetze alle auf 1800, was weiß ich, beruhen, was auf Kryptowährung gar nicht angewandt werden kann. Also das ist auf jeden Fall alles unglaublich. Und ja, hiermit haben wir einfach den Beweis, hier haben wir einfach den Beweis auf über 15.000 Seiten. Und wie gesagt, es muss durchgekämmt werden. Und jetzt dauert es natürlich nach und nach. Wir hoffen natürlich, dass jetzt kein Einspruch noch in der nächsten Zeit eingereicht wird, aber dass das Ding bald endlich durch sein wird. Hier haben wir auf jeden Fall noch von den Cowboy Krypto. Er hat hier auf jeden Fall diesen Textteil markiert. Und da steht auch XRP, seiner Meinung nach ist das der Beweis, dass XRP nicht am Howard Test teilnehmen konnte, weil XRP sowieso kein Wertpapier ist, weil die das gar nicht erfüllen, diese Voraussetzungen. Hier haben wir noch einen interessanten Artikel, abgesehen davon, Hinman Dokumente deuten darauf hin, dass die SEC die falsche Behörde ist, um digitale Vermögenswerte zu regulieren, sagt der Kryptoanwalt. Und das ist ja wirklich so, ne? Ja, wie ich gerade erwähnt habe. Die SEC ist falsch am Platz. Die SEC hat damit nichts zu tun. Die SEC kann nichts, macht nichts. Keine Ahnung, Whipple hat ja auch letzte Woche noch veröffentlicht, der Birdgang-Haus hat veröffentlicht, dass die SEC ganze Zeit von FDX ablenken möchte. Deswegen diese ganzen Klagen. Jetzt war doch diese Klagewelle mit 67 Kryptowährungen, zwei, drei Börsen und, 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 Leute. Da glaube ich immer noch nicht, dass das der Grund ist, aber hier habe ich ja gerade nochmal darüber gesprochen gehabt, dass es wirklich, ja, die SEC die falsche Behörde ist, um über digitale Vermögenswerte zu regulieren. Und das ist einfach Fakt. Hier hat auf jeden Fall der Ashley auch etwas gepostet, was auch sehr interessant ist. Und er sagt auch, geben Sie zu, dass nicht jede Person, die XRP an oder vor dem 22. Dezember 2020 besaß, einen Investitionsvertrag mit Whipple abgeschlossen hatte. Die Kommission gibt diesen Antrag statt. Und da die SEC es versäumt hat, bestimmte Verträge zu identifizieren, würde ich sagen, dass der Howey-Test Fehler ist. Und das ist ja auch, was wir vorhin gesagt haben, ne? Der Howey-Test, der passt gar nicht. Und jetzt kommen immer mehr Beweise. Ja, dann kommen wir jetzt, wie gerade erwähnt, zum Punkt nochmal Vitalik Buterin, der ist CEO von Ethereum. Und da finde ich auch wieder unglaublich, wie oft er in der Vergangenheit gesagt hat, dass XRP ein Shitcoin ist. Der kleine Praktikant von Whipple damals, wissen wir auch, bestimmt schlechte Laune gehabt, als er damals nicht angefangen ist, hat dann Ethereum gegründet. Also ich finde es auf jeden Fall unglaublich, was da passiert ist, auch mit Vitalik und Ethereum. Es ist ganz klar, ja, liegt schwarz auf weiß, dass Whipple als Konkurrent ausgestochen wurde. Damals Platz zwei und wir sehen, wo Whipple jetzt steht. Trotz der ganzen Klage, trotz der ganzen Marktlage haben wir einfach ein Unternehmen mit Whipple XRP, was komplett vorprescht, was die ganzen Korridore erweitert, was dicke Paaren am Start kriegt und nicht aufhört. Trotz der Klage, trotz der ganzen Hindernissen. Und Leute, wir sind auf dem richtigen Weg und gerade diese Geschichte zeigt uns das. Whipple bald als einziges Kryptowährung, Kryptowährung-Projekt, gerade XRP, mit regulatorischer Klarheit, was dann genutzt wird von großen Institutionen, großen Banken. Und das ist das, was wir immer wieder erwähnen und was so wichtig sein wird. Scheiß auf alle anderen Projekte. XRP wird erstmal to the moon fliegen, Leute. Leute, gestern haben wir in der Telegram-Gruppe, hat der eine oder andere mitbekommen, dass der Vitalik hier, der junge Mann hier, wir zeigen den nochmal, auf jeden Fall gegen Whipple geschossen hat. Diesen Tweet konnte ich natürlich nicht wiederfinden, weil der den anscheinend gelöscht hat. Und dann ist der eine oder andere ausgerastet und hat ihn in der Telegram-Gruppe beleidigt. Ich muss dazu folgendes sagen, ich habe das auch gestern in der Telegram-Gruppe geschrieben, eigentlich sind Beleidigungen in dieser Telegram-Gruppe verboten. Aber gestern gab es einen Free-Pass für alle XRP-Fanboys, XRP-Deutschland-Community-Mitglieder, XRP-Deutschland-Telegram-Member. Haben wir auch einen Free-Pass gekriegt. Die haben einen Free-Pass gekriegt und auf jeden Fall ist erlaubt, jetzt nicht unter dieses Video, ha, nicht unter dieses Video. Es war gestern erlaubt, ihn zu beleidigen. Und jetzt ist gut gewesen, Beleidigung Ende, Zupfel. Und dann kam auf jeden Fall gestern auch diese Nachricht, also heute Morgen, haben wir das gesehen. Wir wissen natürlich nicht, ob das stimmt. Ja, dann haben wir noch ein Gerücht, was wir noch eben erwähnen wollen, das ist aber noch nichts bestätigt. Wir haben jetzt noch nichts dazu gefunden, außer den Tweet, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber Vitalik Buterin tritt nach der Veröffentlichung von E-Mails zwischen ihm und den SEC-Beamten als Leiter der Free-Home-Foundation zurück. Wäre auf jeden Fall eine wichtige Sache und ich fände es auf jeden Fall witzig, wenn jetzt langsam alles aufgerollt wird. Wir haben ja schon immer erwähnt, irgendwann wird die ganze Geschichte verfilmt werden. Wir können uns das alles gar nicht anders vorstellen. Wir müssen mal gucken, was ihn dann als Rolle als Hinman oder wo siehst du dich? Ja, wir haben schon gesagt, ich bin David Schwarz. Ach stimmt, ja stimmt. Das ist Red Ganghouse, aber wir werden das noch irgendwie machen, Leute. Irgendwann drehen wir auf jeden Fall so einen kleinen Film hier auf YouTube. Bewerbung gerne in die Kommentare. Ob sein Kopf gerollt ist, weiß ich nicht, aber sein Kopf und Gary Gensler sein Kopf muss rollen, meiner Meinung nach. Es werden Köpfe auf jeden Fall rollen, hundertprozentig. Gerade nach der ganzen Geschichte, das kann nicht anders sein. Hier haben wir auf jeden Fall auf unseren Zweitkanal ein Video aufgenommen gehabt. Hat den einen oder anderen danach gefragt, New Atena Live. Und wir wollten hier noch kurz ein paar Sätze dazu sagen, weil das unserer Meinung nach ein interessantes Projekt ist. Genau, Leute, wie wir die meisten ja schon mitbekommen haben, sprechen wir auf unserem Zweitkanal über viele Projekte, viele kleine Projekte, ICO-Projekte. Und hier haben wir ein Projekt, was wir sehr oft in den Kommentaren gesehen haben und zwar New Atena Live, ein Ökosystem für anonyme und dezentrale Anwendungen. Ein kleines Projekt, was ich auf jeden Fall trotzdem mit Use Case sehe und zwar New Atena Live Blockchain wird eine vollständig dezentralisierte, schnelle und sichere Blockchain sein. Es bildet die Grundlage des gesamten Ökosystems, auf dem alle Anwendungen aufgebaut sind und wir setzen auf modernste Verschlüsselungstechniken, die ein sehr hohes Maß an Sicherheit garantieren. Also wirklich ein sehr interessantes Projekt und für alle, die sich da mehr drüber erfahren wollen, guckt auf jeden Fall bei uns auf dem Zweitkanal vorbei. Wirklich, das ist ein Projekt, was auf jeden Fall noch eine sehr starke Community schon aufweist mit einer korrekten Tokonomics. Auf jeden Fall, Luis, haben die dementsprechend auch eine VIP-Member-Karte. Und diese Karte, der eine oder andere hat sich die jetzt schon besorgt. Die haben 500 Stück gehabt, es sind noch 442 zu haben. Anscheinend sind jetzt ganz schön schnell schon 58 Stück weggegangen. Und heute habe ich mitbekommen, der eine oder andere hat die schon getestet und es hat auf jeden Fall einwandfrei funktioniert, da Geld abzuheben. Genau, eine Cashback-Karte mit weiteren coolen Vorteilen, wie zum Beispiel Netflix, Amazon und so weiter. 100% Cashback, aber alle weiteren Vorteile und News dazu, wie gerade erwähnt, findet ihr bei uns in dem Video im Zweitkanal. Gehen wir auf alles genau drauf ein. Ja, dann Leute, dann würde ich einfach mal sagen, wir warten erstmal ab, bis die 15.000 E-Mails auf jeden Fall durchgelesen sind und alles analysiert ist. Und danach denke ich mal, Whipple wird eins nach dem anderen veröffentlichen, der eine oder andere wird etwas veröffentlichen und, und, und. Jetzt gerade ist es ein bisschen low, was das angeht, aber es kommt, Leute, es kommt. Und nicht vergessen, David Schwarz hat gestern gesagt, das könnte noch ein, zwei Wochen dauern oder ein paar Wochen dauern, bis alles veröffentlicht wird. Das ist immer so und das darf man jetzt für die Leute, die jetzt dran denken oder erwartet haben, dass wir jetzt direkt to the moon fliegen. Das ist von vornherein klar, dass das nicht passiert. Wir müssen, wir warten auf die Anwendung, natürlich wird das alles FOMO geben, aber es muss jetzt alles erstmal ausgearbeitet werden, es muss geguckt werden, wie geht es jetzt weiter und dann wird es langsam abgehen. Leute, wir sind hier auf jeden Fall, wenn es neue News gibt, sind wir am Start. Kanal des Vertrauens, Luis, wie soll es denn auch anders sein? Und ich hoffe, jetzt mit dem Ton passt es, Hotline angerufen, Support angerufen, den, das angerufen und ich hoffe, jetzt passt es auf jeden Fall mit dem Ton. Das ist übrigens unsere zweite, dritte Aufnahme. Wir haben heute Morgen schon Aufnahmen gemacht und jetzt sollte es auf jeden Fall passen. Inschallah passt das, Luis. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und unsere Geduld und unsere, ja, unsere Erstrebnis nach dem Video zu unterstützen, dürft ihr gerne alle diesen Kanal abonnieren. Auf Gefällt mir drücken. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr zu den ganzen Dokumenten sagt, was denkt ihr, wann ist die Klage vorbei, wie sieht es wirklich aus, schreibt mal in den Kommentaren. In diesem Sinne, rein, Leute. Like den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sina, Luis, Beo, Doppelz, sagt von Herzen Dank.